Hallo und herzlich Willkommen zurück zu E.U., dem Jump and Run Spiel. Ja, in der letzten Folge bin ich ja leider nicht weitergekommen und heute versuchen wir es erneut. Ja, man sollte den Controller am besten auch anhaben, wenn man ihn schon benutzt. Irgendwie ist der wieder ausgegangen, obwohl der kurz angegangen ist, aber egal. Kann ich die Wespe hier rüberziehen, die ich da hinten jetzt gerade sehe? Ich habe jetzt ehrlich gesagt etwas länger nämlich nicht mehr gespielt, weil ich nämlich keine Zeit mehr hatte. So, das heißt mit anderen Worten, ich habe absolut keinen Plan mehr, wie das jetzt eigentlich hier vollstatten geht. Aber ich versuche es trotzdem. Ich kann mich daran erinnern, dass da eine ganz fiese Situation gleich kommt mit den Wespen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich im Endeffekt danach immer das Problem hatte. Dass ich, ja genau, jetzt kommt diese fiese Situation. Oh Gott, okay. Ah ne, kommt jetzt hier nach erstmal. Das war übrigens gar nicht hier, das war in dem anderen, glaube ich, wo das so fies war. Weil da waren ja zwei von diesen. Und der war jetzt aber gemein, jetzt mal ganz ehrlich hier. Hallo? Huh. Was macht der denn? So, geht's noch? Piexte mich einfach von hinten. Vor allen Dingen war der doch eben gar nicht da, oder? Ui, 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 ja. Ha, ha. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, oh, nein, nein. Oh. Ernsthaft. Okay, sagen wir mal, ich lasse einfach die Sachen da liegen, wenn ich sie sehe. Dann nehme ich die gar nicht erst mit. So. Dich können wir mitnehmen, weil du liegst direkt auf dem Weg. Hier war da noch eine, oder? Nee, hier war keine. Ach ja, jetzt schaffen wir es noch nicht mal mehr zum ersten Speicherpunkt. Das ist doch super. Da freue ich mich doch drüber. Ai, ai, ai. So, erst noch mal den Schweiß hier von den Fingern abwischen. Weil dieses Spiel, das treibt mich wirklich sonst wohin. Oh, wo kam der denn jetzt her? Hallo? Geht's noch? Müssen die das unbedingt in dem Moment wegziehen? Ai, ai, ai. Uu, hu, hu. Nein! Oh, das war die falsche. Oh. Oh. Ernsthaft. Der Tag beginnt ja wieder wunderbar, beziehungsweise das Level. Also der Tag, der begann eigentlich ganz gut. Aber, ja. Wespe, wo bist du? Da. So. Ich will jetzt nicht sagen, die erste ist ja immer ganz einfach. Weil wenn die erste, äh, wenn ich das nämlich sage, dann passiert bestimmt irgendwas. Deswegen lasse ich das mal lieber. Ai, ai, ai. Okay. Mein, der erste Teil, der ist ja noch soweit okay. Warum springst du nicht? Jetzt kriege ich wieder eine Herzattacke. Auf jeden Fall, wenn der so früh kommt. Hallo? Geht's noch? Oh. Der kommt hier tatsächlich raus. Was ist das denn? Nein! Juhu, juhu. Boah. Den nehmen wir jetzt noch mit. So. Ai, ai, ai. Der war jetzt gemein. Na. Und dann noch ein halbes Leben verloren. Na toll. Okay. Daran kann ich mich erinnern. Das war ganz fies hier. Boah. Boah. Okay. Oh, da ist ein Schlüssel. Oh. Oh. Erstmal. Erstmal das Fähnchen. So. Genau. Das war jetzt meine Hassstelle. Man kann es ja gar nicht ahnen, ne? Weil, wenn man mir so zusieht, denkt man, dass davor war meine Hassstelle. Okay. Okay. Der Anfang ist ja noch so. Boah. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh ja, danke. Boah, jetzt hat der mich ernsthaft. Boah. Nen, jetzt kommt die Musik wieder. Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Den lasse ich jetzt einfach mal liegen, weil ich habe ja jetzt gerade echt Schiss. Ah, ich wusste, da war noch eine Wespe. Die ist da ganz schlecht zu kriegen. Oh, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Hallo. Macht das Wetter wieder normal, bitte. Ich meine, ich spiele hier gerade. Mir ist es jetzt ehrlich gesagt egal, was ich da jetzt alles liegen lasse. Oh Gott, das war jetzt... Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein! Shit. Shit. Es tut mir leid, ich kann gerade nicht reden. Das Problem ist, ich bin gerade so dermaßen aufgeregt. Oh, das war... Das war das... Nein, nein! Och, komm! Ich wusste, dass jetzt wieder irgendwas passieren würde. Ich wusste es. Och, Mann. Nein. Nein. Hau it up! Hau it up! Boah, da... Uhu! Jetzt kommt da von hinten auch noch einen, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Ja, es war so klar. Die müssen aber auch im letzten Moment wirklich da hochziehen. Das ist so ätzend. Ah. Ah, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wohin mit meiner Akku, ehrlich gesagt. Es nervt mich jetzt schon wieder. Ja. Nein. Nein. Okay. Viel haben wir nicht mehr. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich davon brauchte. Deswegen mache ich einfach kompletten Neustart. Ich brauche die Dinger, um aufzuleveln. Und die kann ich jetzt nicht die ganze Zeit verballern, um jetzt hier wieder weiterzumachen. Mein Ziel ist es nämlich, mindestens noch mein Leben zu verbessern. So. Kam da noch einer? Ne. Oh je. Okay. Es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt garantiert ein bisschen länger so ruhig bleibe. Oh, das war so klar. Wollt ihr mich veräppeln? Wollt ihr mich denn total veräppeln hier? Ah. Folgen die mir übers ganze Level? Oh Gott. So, Fähnchen. Und dann ab dafür. Oh Gott. So. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Also es tut mir wirklich leid. Ich weiß in dem Moment überhaupt nicht, was ich denn... Oh. Was ich denn überhaupt sagen soll. Ihr blöden Drecksviecher. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Ich möchte doch einfach nochmal weiterkommen. Oh, der war gut. Kann ich nicht einfach hier warten und stehen bleiben, bis es aus ist? Oh Gott, danke. Nein. Wieso hat der nicht beides genommen? Mann. So. Ui, ui, ui. Ja, ich wusste, da kam eine Wespe. Ich meine, ich sollte es auch wissen. Ich war ja immerhin gefühlt 50 Mal. Nee, komm ein bisschen mehr nach hier. Komm, komm, komm. Das ist eine ganz blöde Position von da unten aus. Oh, ich hoffe, ich kriege bald eine Batterie. Oh, oh. Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Mistvieh. So. Oh. Oh. Mann, lasst doch euer Wetter sein. Ich sehe doch auch so schon nichts. Ich habe doch auch so schon totale Panik hier. Oh Gott. So. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Oh, jetzt kommt die Stelle. Ich mache mal am besten hier einen Doppelsprung, weil sonst habe ich Panik, dass ich da gleich runterfalle. Jetzt habe ich... Doch. Ich habe doch noch... Warte. Oh, scheiße. Nein. Oh. Willst du mich verarschen? An dieses blöde Mistvieh habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht. Mein Gott. Oh, komm. Ich habe das Schild gezogen, Mann. Am besten ist, ich sage jetzt überhaupt gar nichts mehr. Vielleicht komme ich dann endlich mal durch. Oh, ey. Oh, jetzt kommen die wieder von der Seite. Oh. Weg da. Ich würde hier gerne zusammen schieben. Oh, Mann. Sag mal... Ach. Das ist jetzt so der Punkt, wo ich denke, das schaffe ich jetzt sowieso nicht mehr. Weil ich zu oft gehittet worden bin. Och, komm. Die fliegen aber auch so dämlich irgendwie an meinem Schild dann vorbei, beziehungsweise am Speer vorbei. Och. Ja, drei geht noch. Aber es ist trotzdem halt nicht gut, ne? Im Vergleich. Oh, komm. So. Du jetzt noch. Und jetzt nervt mich nicht. Ja, ich habe dich vergessen. Ich gebe es ja zu. Dann komme ich jetzt einfach mal mit mir hier rüber. Ich dachte schon, die bleibt jetzt zu tief, dass ich die gar nicht mehr stechen kann. Das ist ja mal das Problem mit dem Wespen. Also entweder fliegen die halbwegs normal, dass man die auch wirklich gut stechen kann. Oder sie fliegen genau im letzten Moment, weil man denkt, man kann jetzt stechen. Die jetzt zum Glück nicht. Fliegen sie dann drüber oder drunter. Nein. Oh. Boah. Kann ich ja hochhören. Jetzt kommt das wieder. Oh Mann. Ich darf nicht vergessen, dass da oben noch eine Wespe ist. Das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Und der Igel. Aber gut, der Igel, der ist ja eigentlich nichts dagegen, ne? Deswegen. Oh, jetzt. Okay. Direkt den Doppelsprung hier. Und hier auch. Das ist für mich... So, Batterie sollte man vielleicht auch nochmal zünden. So, und jetzt Konzentration hier. Sonst dreh ich durch. ja, 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 ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. gerade so körperlich total am Boden irgendwie, also beziehungsweise seelisch total am Boden, körperlich natürlich nicht. Oh mein Gott, ich habe es endlich geschafft. Es tut mir leid, dass ich jetzt zwischendurch so leise gewesen bin, aber ich musste mich jetzt so unheimlich konzentrieren, dass ich das über... Und ich hatte recht, ich hatte wirklich recht, ich bin ja öfter in der letzten Folge hier oben gewesen, ich glaube, da, wo das Grüne gewesen ist. Entweder hat die Wespe mich getötet, wo ich hochgefahren bin, oder ich bin auf dem Grünen gestorben, wo ich die Wespe gerade töten wollte. Und ich hätte tatsächlich von da aus nur noch nach links springen müssen. Oh mein Gott, ehrlich. Oh. Okay. Ich weiß schon gar nicht mal, was ich drücken muss. Moment, nee, wiederholen will ich nicht. Ich will weitermachen. Oh mein Gott. Die 21. Seht ihr die 21? Die 21. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt gerade sowas von kaputt. Und ich bin gerade erst mal sowas von happy, dass ich überhaupt dieses Level jetzt geschafft habe. Dass ich sagen würde, bevor wir uns jetzt im nächsten Level wahrscheinlich wieder ärgern werden, dass ich hier erst mal einen kleinen Cut mache und dass wir dann das nächste Level erst in der nächsten Folge sehen. aber egal. Ich bin endlich durch das Level durch. Ich muss mal eben schauen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Oh, wir haben noch Oh. Oh. Wir haben noch jede Menge. Und da ist ein Fragezeichen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, Fragezeichen oder könnte ich mir gut vorstellen, das Fragezeichen bedeutet, dass da ein Boss kommt. Ja, wir werden es dann sehen. Ich brauche erst mal eine Pause. Mein Herz hält das sonst für heute nicht mehr aus. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere mich doch auch gleich und drück auf die Klingel. Fragezeichen. Bei dir geht es dann,